So, Freunde, wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen Tech Talk und quatschen ein bisschen über Modifikationen. Das haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, damit schon mal angefangen, haben das so ein bisschen grob umrissen, haben über die verschiedensten Einzelheiten und verschiedensten Themen geredet, aber wir sind nicht richtig eingestiegen. Das Thema war einfach, wir haben dann, da hatte Guido ein bisschen was gemacht, da hatte Nico ein bisschen was gemacht, wir haben gesagt, okay, wir fahren dieses Jahr, diesen Winter ja nicht mehr so viele Autos, weil irgendwann wird das Wetter schlecht. Also, für uns ganz klare Sache, wir fahren das Thema Tech Talk wieder ein bisschen hoch und der Sebastian und ich haben gestern ein bisschen zusammengesessen und haben gesagt, ah, was kann man dann machen, was ist denn eine coole Idee. Ich habe gesagt, okay, wir machen es mal so, wir fangen die Modifikationen im Technikbereich mal so an, wie die Kunden an uns herantreten. Das ist immer so die erste Aussage, wie kriege ich für wenig Geld viel Leistung aus meinem MX-5. Wird schwer, beziehungsweise ist nicht möglich, also gar kein Geld, also man muss schon Kohle ausgeben, das hat ein bisschen was passiert. Jetzt seht ihr ja so ein paar Teile, so ein bisschen Auspuffkrümmer und einen Cut und einen Schalldämpfer. Da gehen wir gleich kurz darauf ein, um dieses Grund hier mal so ein bisschen hoch zu holen. Das soll auch gar nicht arrogant wirken, nur Leistung kostet meist ein bisschen Geld. Das ist beim MX-5 ja noch nicht mal so super teuer, wenn man das zum Beispiel mit einem Mercedes-AMG vergleicht. Komischer Vergleich, aber ich sage ja, Leistung ist nicht, also beim MX-5 so gesehen überhaupt, der ist bezahlbar. Jetzt kommen wir aber relativ schnell zu dem Punkt, was die meistgestellte Frage an uns ist. Sagt der hier, ich will ein bisschen Leistung rausholen, ich mache ganz gerne, ich mache da ein Fächerkrümmer drauf und ich mache ein Metallgrad rein und ich mache einen Auspuff da drauf. Und das ist genau das, was alles neben uns liegt. Das hier ist kein Fächerkrümmer, das ist ein Turbo-Krümmer, da reden wir aber auch heute noch ein bisschen drüber. Wir reden aber an sich mal über das Thema Cut, Schalldämpfer, Krümmer, Krümmerdesign. Also man sieht ja auch einen Unterschied zwischen diesem Krümmer, was ist ein Fächerkrümmer, warum heißt der überhaupt so, was sind die technischen Themen bei so einem Krümmer, die dabei wichtig sind, woher soll ich achten, wenn ich sowas kaufe, kann ich da auf China-Produkte zurückgreifen, kann ich nicht. Alles ziemlich interessante Themen und da quatschen wir jetzt mal drüber. Also, ich sage mal, die meistgestellte Frage ist, ich habe einen 1,6er NA, der hat 116 PS und ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Leistung. Das ist so das Grundthema, wie wir ganz oft auftreffen, Veranstaltungen, am Telefon, da werden wir ganz oft nachgefragt. Da sage ich mir, okay, das meiste, also best bang for the buck ist, ich spare ein bisschen mehr Kohle und baue ein Lader drauf. Es gibt so Leute, die sagen, weißt du, Turbo finde ich gar nicht so geil und eigentlich langweilig 116 PS, ich will einfach nur so ein bisschen spritziger gehen. Und dann kommt man da schon relativ oft auf das Thema Auspuff oder auf das Thema Auspuffkomponenten zu sprechen. Und gerade der ein oder andere Gewiefte bzw. der sich ein bisschen mit Abgastechnik auskennt, wird auch sehen, dass das hier kein Krümmer von dem MX-5NA ist oder NB, sondern das ist ein Krümmer von dem ND. Und gerade für die Jungs ist es zum Beispiel ein ziemlich entscheidendes Thema, weil zum einen sind da die Leistungsthemen im Turbo-Bereich oder Kongressor-Bereich sehr teuer. Zum anderen, und das muss man auch dazu sagen, ist es eine, ich sage mal, bei uns sehr gut verkaufte Modifikation. Krümmer, Kart-Software geht wirklich sehr gut auf dem Auto und macht auch wirklich was aus, was man sagen kann. Also gerade zum Beispiel die Leute, die sagen, ich habe jetzt ein 2018er Modell oder 2017er Modell, ich hätte ganz gerne auch 184 PS, das ist so eine Grundmodifikation. Jetzt haben wir ein bisschen weit ausgeholt, gehen wir mal so den Motor durch. Also wir sind, wenn wir vorne vom Motorraum schauen, auf jeden Fall ist dann so das erste Bauteil, das man schon eigentlich recht markant sieht bei unseren Autos, meistens der Krümmer selbst. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, der Original-Krümmer im MX-5 in A1,6er, ich glaube, den gibt es sogar in Guss, ich meine schon, es gibt da Guss-Krümmer. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, im Serienbereich sehr gern, sehr oft genommen sind Guss-Abgas-Krümmer, haben entscheidende Vorteile, sehr langlebig, unwahrscheinlich temperaturstabil, aber sind meistens keine leistungsfokussierten Bauteile. Der Original-Krümmer im MX-5 ist gar nicht mal so schlecht aufgebaut, ist kein so gesehener Fächer-Krümmer, aber ist schon ein Rohr-Krümmer, hat einen Kollektor oder einen Sammler wie hier, aber ist halt nicht auf Performance ausgelegt, sondern einfach auf einen günstigen Herstellungspreis und entsprechende Massenwaren. Wenn jetzt der 1,6er in A-Fahrer sagt oder der in B-Fahrer oder in C- oder in D-Fahrer, gerade in C ist auch sehr, sehr gerne Motivation mit Krümmern zu arbeiten, ich möchte ganz gerne ein bisschen mehr Leistung haben. Das ist so der erste Schritt, mit dem wir arbeiten, zu sagen, okay, wenn du kein Turbo möchtest, dann denk doch mal über so eine Cut-Krümmer-Kombination nach. Viele Leute haben schon Auspuffanlagen, in C-Bereich Friedrich sind wahrscheinlich populär, BBK sehr populär, in D-Bereich Fox-Friedrich, da höre ich kaum bis gar keinen BBK, im NA-Bereich immer die kleine BBK ist so der Standardauspuff. In B, da ist alles so ein bisschen unentschlossen, also da gibt es alles, da könnte nicht mal so ein Hersteller sagen, wo ich sagen würde, den sehe ich oft, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die meisten haben halt schon eine Auspuffanlage ab, Cut. Und jetzt zu dem Thema selbst zurückzuführen zum Krümmer. Du hast beim Krümmer folgendes Thema, also bei einem Fächerkrümmer, jeder Zylinder strömt quasi in ein Rohr. Das ist wie man hier sieht, ein Vierzylinder-Krümmer, wie bei allen Seelen im X5 dieser Welt so vom Band ausgeliefert. Und jetzt führen wir alle vier Rohre gleich lang, also in dem gleichen Abgasweg, von hier bis nach da, zu einem Sammler. Und der Sammler ist sehr, sehr entscheidend. Wenn man in den Sammler reinschaut, sehe ich eine Abgaspyramide, die quasi die Abgase getrennt voneinander und ohne gegensätzliche Anströmungen voneinander trennt. Das klingt jetzt super komplex, ich will es mal kurz zeigen oder erklären, wie das funktioniert. So, das heißt, die Abgase strömen nach dem Arbeitstakt in Zylinder 1, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 4, 2 hier in den Krümmer rein. Und bei einem Original-Krümmer oder bei so einem Guss-Krümmer, wie hier, sieht man ja relativ schnell, dass die Wege sehr kurz sind. Ich habe keine Abgaspyramide, also dieses Bauteil, diesen Kollektor und die Abgase sammeln sich zusammen und verwirbeln sehr schnell. Dabei entsteht folgendes Problem, dass die Abgase vom ersten Zylinder, den dritten Zylinder beeinflussen, vielleicht auch den vierten, vielleicht auch den zweiten Zylinder und wir so quasi eine sehr hohe Reststoffmasse bzw. Restgasmasse wieder zurückfließt in den Krümmer. Dadurch wir eine schlechtere Füllung bekommen und wir den Motor quasi nicht mit so viel Sauerstoff bzw. ich sag mal Gemisch gefüllt bekommen. Das war jetzt recht kompliziert. Man muss sich das so vorstellen, die Nockenwelle arbeitet, der Motor saugt an, die Luft geht durch den Motor durch und wenn ein Fächerkrümmer jetzt richtig funktioniert, dann wird der Sogeffekt, der dadurch entsteht, das nennt sich jetzt Spülgefälle, wenn beide Ventile offen sind und das Abgas durch den Motor durchzieht, durch einen Fächerkrümmer quasi noch positiv beeinflusst, weil wir die Abgase aufgrund der Tatsache, dass wir gleiche Abgaslängen haben, die durch eine Abgaspyramide bzw. einen Kollektor fließen, einzeln aus dem Zylinderkorb rausgesaugt werden und dadurch kriegen wir quasi mehr Gase in den Brennraum und entsteht mehr Leistung. Um es quasi einfach nochmal zusammenzufassen, der originale Krümmer, dem ist das egal, wie schnell die Abgase durchgehen oder rausgehen oder ob die rein oder rausgesaugt werden, weil rauskommen tun sie immer. Der Fächerkrümmer bedingt einfach, dass wir eine höhere Abgasgeschwindigkeit bekommen und durch die höhere Abgasgeschwindigkeit wir sozusagen einen Sog bekommen und mit dem Sog wir die Abgase aus dem Zylinderkorb rausziehen, durch den Sammler schieben und dann an den Rest der Auspuffernlage verteilen. Das ist das Grundprinzip eines Fächerkrümmers. Das ist bei einem Turbo gleich, das ist bei einem Sauger gleich, das ist erstmal bei allen Autos gleich. Beim Turbo gibt es noch so zwei, drei andere Themen. Jetzt gibt es ja so Mysterien. Was ist besser? Ein langer Krümmer, ein kurzer Krümmer, ein 4-2-1-Krümmer, ein 4-in-whatever-Krümmer. Also man sieht ja zum Beispiel, vielleicht der eine oder andere kennt das Auto aus Sinsheim. Es gibt so einen Brutus, das ist so ein ganz altes, oder auch alt gemacht, ich glaube es sind 16 Zylinder. Das Auto hat gar keinen Auspuff. Also das hat quasi nur so Krümmerhörnchen und dann geht es einfach ins Freie. Jetzt könnte man ja ganz doof behaupten, das Auto hat gar keine Leistung, der ist quasi gar kein Spülgefülle. Ich würde fast bei dem Auto behaupten, es hat so viel Hubraum, so viel Zylinder und es ist eigentlich so alt, dass man damit gar nicht so schnell fährt. Das heißt, man kommt gar nicht, wenn das über 100 PS hat, ich weiß gar nicht, wie viele PS es hat, also wenn der eine oder andere jetzt sagt, Jan labert scheiße, dann ist das so. Aber ja, bei so alten Autos kommt das gar nicht so zum Tragen, das Thema Fächerkümmer. Jetzt haben wir hier, also bei ganz alten Autos meine ich damit, also jetzt so in den 60er, 70er Jahren, da wurde das irgendwann schon ziemlich hoch. Also gerade Alpha zum Beispiel war da wahrscheinlich weiter vorne mit dabei. Wenn wir jetzt wieder über das Thema Krümmer selbst sprechen, das heißt, der Krümmer zu diesem 4, 2 und 1 und 4 und 1 Thema. Man kann schon über den Daumen gepeilt sagen, das sind 4, 2 und 1. Das heißt, ich habe immer die zwei gleichen Arbeitstakte, beim Vierzylinder wäre das 1, 4 und 2, 3, die man zusammenführt. Die gehen beide zusammen erst in eine Zusammenführung und danach gehen die in eine Einflusszusammenführung auf den Kollektor. Das ist schon drehmomentechnisch besser. Und jetzt kommt genau das Thema, das kann man sich ja selbst vorstellen. Wenn ich höher anfange mit einem Motor zu drehen, dann habe ich auch mehr Abgas, das sich bewegt. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, das Abgas muss erst in eine Gablung rein, in diese 4, 2 und 1 Thematik und danach muss das in eine Gablung nochmal rein, in diesen Kollektor. Das muss sich ja alles in einem gewissen Bauraum bewegen. Dann werde ich relativ schnell merken, dass mein Motor irgendwann an einer gewissen Restgasmenge stirbt, weil ich das Abgas gar nicht mehr schnell genug wegtransportiert bekomme. Bei Sportmotoren, die über 8.000 Drehungen drehen oder 7.800, da bin ich ganz oft beim Punkt, dass ein Motor ohne Fächerkrümmer gar nicht mehr funktioniert. Also wir haben das selbst bei unseren eigenen Autos zu sehen, beim MX-5 NC, den können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz einblenden, den Krümmer. Hauen wir gleich nochmal ein Bild von. Das ist ein Long-Tube-Krümmer, das kennt man beim NC, ein bisschen vom Flyme Yata oder ein bisschen aus dem Internet. Da sitzt der Kollektor nicht hier, nicht da, sondern der sitzt eigentlich hier. Also der Krümmer ist fast einen Meter lang. Dadurch verliere ich unendlich viel Drehmoment. Das ist aber bei einem Motor, der so hoch dreht, also 8.000, 8.200, 8.400 Drehungen, gar nicht mehr so relevant, weil da sind andere Themen viel relevanter. Wir haben einfach das Thema, dass wir mehr Abgas aus dem Zylinder oder aus dem Krümmer rausführen müssen. Und dafür brauchen wir auch eine gewisse Abgaslenkung. Das heißt, so ein kurzer Krümmer funktioniert meistens bei so hochdrehendem Motor gar nicht. Und das ist jetzt krass, also das habe ich auch noch nie so bei einem Motor gesehen. Es war wirklich so, wir haben den MX-5 NC zusammengebaut, wir haben so einen Racy Beat-Krümmer da drauf gemacht. Das ist wirklich ein guter Krümmer, Verarbeitung top. Material top, Abgaspyramide sehr schön gebaut. Also es ist jetzt echt kein Schrott und wir hatten 235 PS auf der Rolle. Bumm, also da war Arsch auf einmal. Also das Ding war 235 PS, du konntest keine Zündung mehr geben. Da passiert... Ich sagte, irgendwas ist hier komisch. Die Engländer, die fahren 270 PS und hast du nicht aus dem 2-Liter-Motor. Und der ging auch gar nicht. Also der ging bei 7,7 so richtig... Also da ist nichts passiert, da war kein Leben drin. Ich sagte, irgendwas ist hier komisch. Ich habe mit 2-3 Leuten telefoniert, die ich kenne. Die haben gesagt, hier, es ist zwar weit hergeholt, aber probiere doch mal einen Krümmer mit einem längeren Weg aus. Also gut, der Olli sich hingestellt hat, hat so einen Krümmer zusammengeschweißt. Wir haben hier diesen Long-Tube-Krümmer gebaut und bumm, 265 PS. Einfach nur durch Krümmer tauschen. Also klar, wir mussten auch anfetten und wir mussten auch das Gemisch anpassen und wir mussten auch die Zündung anpassen. Aber einfach nur Krümmer drauf, 30 PS. Das wird bei einem Regelauto nicht passieren, weil das war schon wirklich ein krasses Beispiel. Aber da konnte man wirklich mal sehr, sehr schön dran sehen, was ein Krümmer ausmacht. Und da war genau das Thema Abgaspyramide, also Kollektor zu nah am Motor. Der war nicht weit genug entfernt. Und durch das Wegsetzen haben wir es geschafft, dass wir über die Länge und die Abgasmasse, die wir rausgeschafft haben, wieder die Sogwirkungen erzeugt haben und wieder quasi den Platz oder den, ja, ich sag mal, das Spülgefälle wieder so hergestellt haben, dass der Krümmer wieder funktioniert und der Motor quasi optimaler oder besser arbeitet. Das ist das Grundbeziehung von so einem Krümmer. Das heißt, man kann ja nicht sagen, und das ist so ein Thema, ich sag, bei einem Motor, der 7.2, 7.3 dreht, Achtung, und hier muss ich ein MX-5, NC und MD ein bisschen ausklammern. Dazu komme ich auch gleich nochmal spezieller. Ein BP-Motor, also so ein 1,8 Liter, funktioniert mit einem 4-2-1-Krümmer sehr gut, bis in etwa 185 PS. Das ist so der Casus-Knaxus. Danach würde ich auch wieder auf einen Racing Beat 4-1 gehen, also dieses super schön geformte Bauteil. Und davor haben wir einen 4-2-1-Krümmer, den wir da eigentlich eher empfehlen. Alles drüber würde ich wohl behaupten, dass ein 4-1-Krümmer besser funktioniert. Oder würde ich nicht behaupten, das ist so. Beim NA genau das gleiche Thema im Grünen. So bis 160 PS kommst du eigentlich mit so einem 4-2-1-Krümmer gut aus. Alles darüber wird es dann schon ein bisschen mit dem 4-1-Krümmer besser dran. Und jetzt das Interessante, jetzt würden Sie ja nicht der eine oder andere MX-5, ND oder NC-Fahrer sagen, oh ja, spinnt, ich verkaufe mir 4-1-Krümmer und erzähle in seinem Video, dass ein 4-2-1-Krümmer bis 160 PS ja eigentlich die eierlegende Wollmilchsau ist. Stopp, und das ist nämlich genau der Unterschied. Ein ND oder ein NC, der funktioniert mit einem 4-2-1-Krümmer nicht so gut. Zum einen ist es ein Thema der Bauform. Ich habe gar nicht so viel schönen Platz und einen schönen, sauberen 4-2-1 zu machen. Weil jetzt stelle ich mir mal vor, wir würden aus diesem Krümmer, in diesem Platzverhältnis einen 4-2-1-Krümmer machen. Der Kollektor, okay, den setze ich vielleicht hier unten auf die Kurve. Dann kriege ich das noch irgendwie hin. Aber dann hätte ich ja vielleicht, was sind das, 20, 25 Zentimeter. Der eine Mann wird sagen, er freut sich, der andere Mann wird sagen, er ist traurig. Aber wenn das 20 Zentimeter sind, dann ist diese Gabelung viel zu kurz. Das heißt, ich mache schon wieder meinen Abgasweg kaputt, bevor der überhaupt effektiv wird. Und da ist ein 4-1-Krümmer einfach besser. Das haben wir in der Zukunft gesehen. Es gibt ja im ND-Bereich diesen Goodwin Long Tube Header. Kein schlechtes Bauteil. Die massiven Leistungsgains, die Goodwin gesehen hat, konnten wir nicht sehen. Wir haben gesehen, dass der Krümmer an sich ein bisschen mehr Spitzenleistung bringt, aber unten raus ein bisschen müder ist. Überlegbar alles nicht so wirklich. Deswegen würde ich wohl behaupten, ist in meinen Augen der ganz normale 4-1 der optimale Krümmer. Und funktioniert wirklich gut. Auf dem NC sowohl als auch auf dem ND. Und auch eigentlich, ich sage mal, auf dem NA und auch auf dem NB. Also im Regelfall bist du bei den Autos mit einem 4-1 gut bedient. Außer wenn wir dir wirklich sagen können, wir sehen in deinem Setup einen Vorteil mit 4-2-1. Und das ist 99% nur beim 1-6er NA oder 1-6er NB möglich. Beim 1-6er, beim 8er NA, ist es halt so, dass der Abgasweg viel, 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 viel länger ist. Das heißt, dass wir auch mehr Platz haben, das sauber zu bauen. Und das ist das Hauptthema, warum das beim NC nicht so sauber funktioniert. Man könnte sich hier im NC-ND-Bereich, wenn man da entsprechende Entwicklungen reinsteckt, auch mit einem 4-2-1 arbeiten. Aber fragt uns, was ihr für ein Setup fährt. Dann können wir eigentlich eigentlich für euer Produkt euch das passende Thema empfehlen. Ich kann sagen, NC 4-1, ND 4-1 aufgrund der Platzverhältnisse. NA 99% fährst du auch da gut mit einem 4-1. Wenn du etwas drehst, sonst auch 4-2-1 und beim NB eigentlich genauso. Also fast alle Motoren, die wir ausliefern, kommt da so ein bisschen auf der Setup drauf an. Aber ich würde wohl behaupten, wenn der Motor original, von der Drehzahl ist ein Original hochdreht, kommst du mit einem 4-2-1 beim NB wunderbar hin. Alles drüber sind dann auch schon Themen, wo Nockenwellen ins Spiel kommen. Und da würde ich vielleicht eher auf ein 4-1 gehen. Wie gesagt, NC-Bauer-Thema und auch ND bis 4-1 gut dabei. Ich hoffe, dass wir das Thema ein bisschen näher gebracht haben. Jetzt seht ihr noch zwei andere Bauteile. Das Thema schließen wir hinten gleich an. Das ist sicherlich gleich das andere Thema bezüglich Turbmotoren. Da ist das ein bisschen anders. Und da gibt es auch noch zwei andere Faktoren, die da mit reinspielen. Sprechen wir an sich mal beim Cut. Jeder im Internet sagt, ja, wenn du viel Leistung fährst, brauchst du Metallgrad. Das ist auch grundlegend erstmal richtig. Aber jetzt ist die große Frage, weil es gibt ja auch da draußen ein Mercedes-AMG mit 500 PS oder 600 oder 400 PS. Die haben weitaus weniger wie nämlich 5NA. Und die fahren 99% auch Keramik-Cuts. Warum nutzt so ein Serienhersteller kein Metall-Cut, sondern arbeitet mit einem Keramik-Cut? Es gibt gewisse Themen, die so ein Keramik-Cut einfach besser kann. Das heißt, zum einen ist er schneller warm. Zum anderen ist die Kapazität des Cuts selbst viel, 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 ich sag mal effektiver. Und so ein Metall-Cut muss halt angeheizt werden. Die Firma Porsche macht das. Die nutzen Metall-Cuts auch in der Serie. Die heizen die extern an, damit die relativ schnell auf Temperatur kommen, um die Emissionsthemen zu halten. Und so ein Metall-Cut hat halt zu einem Keramik-Cut einen entscheidenden Vorteil. Der ist luftdurchlässiger. Und alles, was ihr im Internet lest, und das ist so ein Punkt, das kann ich wirklich ausschließen. Jeder, der euch sagt, ein Vierzylinder-Motor braucht Rückstau, das ist Bullshit. Also es tut mir wirklich sehr leid, aber das stimmt nicht. Es gibt keinen Motor, der mit einem Cut effektiver läuft wie ohne. Jeder, der da draußen was erzählt, dass er sagt, ich merke, wenn ich einen Cut reintue oder einen Cut raus tue, im Unterschied, dass er mit Cut besser läuft wie ohne Cut. Puste gut. Das können wir gerne auf einem Prüfstand belegen. Ein Vierzylinder-Motor ist ein rückstaufreier Motor. Beim Zweitakter, bei einem Mankel, ist die Welt da ein bisschen anders, das weiß ich. Bei einem Mankel kann ich leider nicht so viel von Erfahrung sprechen. Wir machen das nur für uns. Und das ist für mich, da ist sicherlich der Marius von Japanwerk oder der Olli vom Mankelshop der bessere Ansprechpartner, die machen viel Wankel. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber im Bereich von einem Vierzylinder-Motor ist es so, weniger Abgruß gegen Druck heißt Leistung. Und jetzt kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, welchen Durchmesser braucht man denn auf einem Motor. Da gibt es eine ganz gute Faustformel. Pro Liter Hubraum 1 Zoll. Das heißt, bei einem 1,6 Liter Motor könnte ich sagen, 1,6 Zoll oder sonst was. Ich sage da immer, bei einem 1,6er bist du mit 55 Millimeter gut dabei. Bei einem 1,8er, der wird aufgeründet auf 2 Liter. 60 Millimeter Anlage passt. Kennt auch jeder früher noch von Friedrich Motorsport auch immer. 60 Millimeter pro Bar ist genau das Thema. 200 Liter, 2,5 Zoll, 60 Millimeter, das tut sich am Ende des Tages nicht mehr viel. Das ist so eine Faustformel. Und das passt eigentlich auch ganz gut, was diese Faustformel aussagt. Bei dem MX-5 bist du eigentlich, ich sage mal, bis 250 PS mit einer 2,5 Zoll Anlage immer bedient. Das ist eine Anlage, die kaufst du einmal für deinen 1,6er. Der ist ja vielleicht ein bisschen groß. Was passiert, wenn die Auspufferanlage zu groß ist? Ich habe einen etwas langsamen Abgasfluss. Das heißt, die Abgase strömen aus dem Krümmer hier raus. In das Himmel ist dann schon 60. In das 60er Rohr kommen hier vorne in den Cut. Und in dem Cut passiert folgendes. Wenn du jetzt da einen Keramik-Cut hast, dann bremst du die Abgase so krass ab, dass die sich quasi noch verlangsamen, noch verlangsamen, noch verlangsamen. Und wenn dann die Auspuffanlage danach noch am besten 3 Zoll ist, dann kommen die Auspuffer und die Abgase so langsam da raus, dass du danach gar kein Spülgefälle mehr hast. Da kann es ja sogar sein, dass durch die zu große Auspuffanlage, nicht weil der Motor dann rückstaufrei, oder weil er dann rückstaufrei läuft, sondern einfach, weil du keine Abgasgeschwindigkeit mehr hast, sich wieder hinter dem Cut Abgase sammeln und der Motor quasi dann Leistung verliert. So, jetzt sind wir ein bisschen ausgeschwischen noch auf das Thema Auspuffanlage selbst. Wir haben auch nicht ganz so viel über den Cut selbst gesprochen. Das ist ein HJS-Cut. Das ist meiner Meinung nach die besten Cuts, die man aktuell für Geld in Deutschland kaufen kann. Relativ simples Thema. Du hast hier vorne die Cut-Matrize. In der Cut-Matrize, also dieses 200 Zellen, 400 Zellen, 100 Zellen Cut, meistens, wenn man da hinschaut, sieht das irgendwie alles gleich aus. Du hast da mitten so einen Stahlstift, da ist die Matrize dran aufgehangen und hast außenrum dieses Stahlgewebe. 100 Zellen, 200 Zellen, 400 Zellen, ich glaube, dann hört es auch auf. Das beschreibt die Ladung der einzelnen Zellen. Das heißt, desto höher die Zellenanzahl, desto höher ist die Ladung des Cuts. Meistens kann man halt bei unseren heutigen Fahrzeugen unter 200 Zellen Cut gar nicht mehr arbeiten. Dann müssen die schon sehr, sehr gut beschichtet sein. Das ist zu diesem Mysterium, wie viele Zellen man fährt. Unsere Cut sind 99,9 Prozent 200 Zeller, die wir verbauen. Kommen wir, wie gesagt, wieder zum Thema, zurück zur Ausbruchanlage. Hier hört man ja auch, was hast du für einen Schalldämpfer verbaut. Wenn du einen Kammerschalldämpfer hast, dann bringt der Leistungsverlust. Auch hier, ihr habt eben gehört, was ich über den Krümmer gesagt habe. Spülgefälle, die Luft geht hier schneller durch. Das saugt sich dadurch quasi schneller aus dem Zylinder rauf. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Abgasgeschwindigkeit. Die Luft geht hier durch eine Metall-Cut. Am besten der Metall-Cut auch in 60, also so, dass wir hier keine Bremse gestalten. Der Cut muss auch immer am Eingang, wenn der hier, das ist jetzt ein 76er, aber wenn der hier 60 hat, muss der hier auch einen relativ großen Monolith haben. Weil wenn der hier recht klein ist, dann stauen wir wieder aufgrund der Ladung die Luft hier wieder zurück. Und der Motor kann das quasi nicht entsprechend, ich sag mal, an die Luft bringen. Um das Thema zu umgehen, ist halt genau der Faktor. Wir haben hier eine schnelle Luft und die Luft geht jetzt, sag mal, sehr schnell durch den Metall-Cut durch. Und dann kommen wir als einer auf einen Endschalldämpfer, der einen Kammerschalldämpfer ist. Ich brauche das Thema Kammerschalldämpfer, um es ganz kurz anzuschneiden. Es gibt Absorberschalldämpfer, das ist sowas, da kann man quasi durchgucken. Und ich kann am Ende des Tages immer noch, der macht quasi den Schall weg, weil der Schall findet sich in der Box. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Worte durcheinanderwirbeln. In der Box und wir haben keinen Rückstau. Wenn du eine Kammer hier drin hast, kann man hier nicht durchgucken, sondern du hast hier quasi wie so Kammern, wo der Schall durch muss. So ein Kammerschalldämpfer nutzt viel, viel, viel mehr, oder schluckt viel, viel, viel mehr Geräusch. Ein Absorptionsschalldämpfer schluckt meistens nicht so viel Geräusch. Deswegen braucht man davon entweder mehr, oder man braucht davon andere Schalldämpfertypen. Hier gibt es ein ganz schönes Prinzip, das ist ein Helmholzschalldämpfer, der, wenn man jetzt hier reinschaut, wir haben leider gerade kein Helmholz da, das hätte ich es gerade gezeigt, das ist einfach nur ein Siebrohr und das Siebrohr absorbiert so gesehen die Lautstärke. Der Helmholzschalldämpfer hat an dem Siebrohr entlang wie so kleine Bagger schaufeln und fängt nochmal zusätzlich den Schall auf und leitet ihn quasi in die Kammer rein. Dadurch habe ich einen relativ geringen, der äußere Teil des Abgases wird gebremst, klar, weil er geht in die Schaufel rein, aber der innere Teil des Abgases bleibt immer noch schön schnell. Und ich nehme relativ viel Geräusch weg mit einer recht geringen Änderung des Abgasgegendrucks. Deswegen sieht man mittlerweile sehr viele Helmholzschalldämpfer-Systeme, auch bei unseren Auspuffanlagen. Bei zwei, also wir haben unsere Turboanlagen, das ist der Vorstelldämpfer, Helmholz, um einfach mit dem Geräusch hinzukommen. Das zum Thema, alle unsere Auspuffanlagen sind noch alle absorbbar. Also wir haben keine Anlage, die nicht auf dem Absorberprinzip funktioniert. Beim neuen Zwift ist die Abgassführung ein bisschen weird, das heißt wir gehen so rein und kommen jetzt da hinten wieder raus. Jetzt sagt ja jeder, der erzählt da wieder meist, wir haben hier drei Kammern und die Luft geht hier einfach so durch. Und das stimmt so nicht, die Luft geht quasi in einem gesiebten Rohr einmal durch den Schalldämpfer durch und wird dann wieder quasi rausgeführt. Auch hier kein Unterschied des Abgasgegendrucks oder wenig. Jetzt kommen wir zu diesem interessanten Punkt, dass ich sage, bringt ein Absorberschalldämpfer zu einem Kammerschalldämpfer ein Leistungsgewinn oder der Kammerschalldämpfer ein Leistungsverlust. Die meisten Serienschalldämpfer sind Kammerschalldämpfer, weil die einfach von der Entwicklung her simpler sind und weil man sich weniger, ich sage mal, dämmen wolle und sowas. Und das brauchst du einfach nicht so viel. Der Grund aber, beziehungsweise das Thema ist, bringt der Kammerschalldämpfer zum Absorberschalldämpfer einen Leistungsverlust oder bringt der, ich sage mal, Absorberschalldämpfer zum Kammerschalldämpfer einen Leistungsgewinn. Das ist nämlich genau der Unterschied. So, wenn ich eine Auspuffanlage habe mit einem guten Fächerkümmer, mit einem sehr guten Metallcut, dann ist es wirklich so, dass der Absorber am Ende des Tages nochmal Leistung produzierend ist. Aufgrund der Tatsache, weil wir können die Abgasgeschwindigkeit beihalten, wir bremsen die Abgasgeschwindigkeit nicht ab, die Luft geht unwahrscheinlich schnell durch den Auspuff durch und wir können Leistung erzielen. Wenn ich natürlich jetzt hier so einen Scheiß-Cut habe, ich habe den super Fächerkümmer hier vorne drin, hier so einen richtig beschissenen Cut, nach diesem beschissenen Cut kommt dann noch, oder am besten habe ich noch den originalen Keramik-Cut da drin und dann mache ich am Ende einen Kammerschalldämpfer hin. Die Frage, könnt ihr euch 99,9% selbst erklären? Da kommt am Endschalldämpfer gar nicht mehr so viel Abgasgeschwindigkeit an, dass das vielleicht überhaupt noch resultierend ist zum Thema Leistung. Wie gesagt, hier genau das Thema, wenn alles geil ist, dann bitte nur mit Absorber arbeiten, ist das alles relativ, dann ist auch das Thema des Endschalldämpfers relativ. Jetzt kommen wir mal zu ein paar typischen Themen, die ihr in eurem eigenen Auto feststellen könnt. Habt ihr eine hohe Abgasgeschwindigkeit? Hohe Abgasgeschwindigkeiten sind in einer gewissen Art und Weise gut, ab einem gewissen Punkt auch nicht so gut, dazu komme ich gleich, aber ihr könnt an ganz einfachen Sachen feststellen, ist meine Auspuffanlage effektiv oder ist sie nicht effektiv? Das geht mit dem Thema los, ihr sitzt im Innenraum und beschleunigt mal Vollgas durch. Gerade im X5NC-Fahrer spreche ich jetzt hier mit anderen Doktor. Ja, im X5NC-Fahrer ist ganz schön. Die meisten Leute nehmen ein gewisses Dröhnen auf bei 2500 Drehungen oder 3000 Drehungen. Dieses Dröhnen, was ihr da hört, entsteht dann, wenn die Luft im Auspuff wieder rückzykuliert, weil ihr keine Abgasgeschwindigkeit in den Auspuff bekommt. Und aufgrund der Tatsache, dass ihr keine Abgasgeschwindigkeit in den Auspuff reinbekommt, zirkuliert, wie gesagt, die Luft wieder zurück und ihr habt einen Dröhnen im Innenraum. Das heißt, dröhnt euer Auspuff an einer gewissen Stelle, ist da die Abgasgeschwindigkeit abgerissen oder sie ist überhaupt nicht da und der Auspuff neigt an der Stelle extrem zum Dröhnen. Das ist ein Richtwert. Sicherlich gibt es das eine oder andere Fahrzeug, das dröhnt auch, obwohl es gar keine Schalldämpfer hat, obwohl es gar keinen Cut hat, obwohl es nur einen Krümmer hat und das ist ein Rennfahrzeug. Aber im Regelfall kann man das damit schon mal ganz gut feststellen. 99% liegt an sowas an einer zu langsamen Abgasgeschwindigkeit, deswegen dröhnt ein Auspuff. Und das ist genau das gleiche Thema, wenn du auf so einen 1,6er NA eine 3 Zoll Auspufferlage auf deinen Original Cut machst, dann wird die 99,9% dröhnen, weil nach dem Cut die Abgasgeschwindigkeit so abreißt, dass du das Rest Abgas einfach hinter dem Cut stehen bleibst. Du hast in dem Schalldämpfer keine Geschwindigkeit mehr, das Abgas oder das Geräusch fängt an zu zirkulieren und dann entsteht ein Dröhnen. Das ist so ein typisches Problem. Das ist nur mal so als Grundthema. Jetzt natürlich das andere Thema. Der eine oder andere sagt, ja ich habe hier die super Auspufferlage, meine Auspufferlage faucht. Gerade die Turbofahrer kennen das. Also du machst eine kleine BBK auf einen GT30-Lader und die faucht ist tot. Das sagt jeder hier bei mir, das ist super. Das Spülgefälle aus dem Motor, das kommt da raus. Wenn der Motor faucht, ist das nichts anderes wie ein Drache, der Feuer speit bzw. der faucht. Das ist halt relativ uncool. Aufgrund der Tatsache, weil was dann passiert, du presst so viel Luft durch dieses kleine Röhrchen, dass die Luft anfängt an dem Außenrohr zu reiben. Das ist dieses Fauchgeräusch und du hast dieses typische Fauchgeräusch da und dann ist aber deine Abgasgeschwindigkeit, z.B. eigentlich ist das Rohr für die Abgasgeschwindigkeit zu klein, deswegen hast du Reibung und es entsteht Fauchen. Faucht, dein Turboauspuff ist ja irgendwie scheiße. Relativ simpel. Jetzt kommen wir von sich zu dem ganzen Thema Turbomotor. Genau. Wir haben ja schon den Krümmer gesehen. Relativ viele Hersteller nutzen in der Serie Gusskrümmer, ob Sauger, ob Turbos, was auch immer. Du wirst gerade im Turbo-Bereich kaum einen Hersteller sehen, einen Serienhersteller, der einen geschweißten Krümmer nimmt. Der Vorteil von so einem Gusskrümmer ist einfach der, zum einen ist das Material sehr dick und zum anderen, das wird der ein oder andere kennen, Turbo-Krümmer, also gerade so rohrgeschweißte Krümmer reißen sehr gerne. Wir machen unsere ganzen Krümmer entweder selbst, mittlerweile machen wir das mit einem Freund von mir, einem Lennart von Dieselwerks. Wenn wir so einen Krümmer herstellen, gibt es Krümmerbauer, die bauen sowas in 2 mm oder 2,6 mm, sagen hier, das ist super, das ist top, das funktioniert. Ich muss da sagen, ich bin da ja noch ein bisschen alte gerade. Bei mir kann so ein Krümmer gar nicht dick genug sein. Da sagt der eine oder andere, leck mich am Arsch, so ein Krümmer bei euch, der wiegt ja auch irgendwie gefühlt eine Tonne. Das ist richtig, unsere Krümmer sind nicht leicht, aber wir bauen zwischen 3,6 und 4,2 mm Wandung, also wirklich sehr dickes Rohr. Und ich muss da auch sagen, bis heute, toi toi toi, hatten wir bei unseren eigenen Krümmern noch keine Krümmerrisse, weil wir halt mit sehr dickem Material arbeiten und wir arbeiten in der sehr, sehr hohen Güte, was den Edelstahl betrifft. Hier kommen wir halt genau beim Turbo zu so einem Punkt, wann fahre ich einen Rohrkrümmer und wann fahre ich einen Grußkrümmer. Wir entscheiden das so ein bisschen zum einen nach dem Budget des Kunden und zum anderen auch nach dem Einsatzzweck. Wenn ich ein Fahrzeug baue, das wirklich danach gebaut ist, um maximale Leistung auf der Rennstrecke zu bekommen, maximale Performance, dann ist so ein handgeschweißter Rohrkrümmer schon sehr angenehm. Wir haben äquivalent gleiche Abgaslängen, dadurch habe ich halt wieder das gleiche Thema. Ich sauge mir quasi vor dem Turbolader meine Abgase aus dem anderen Zylinder raus. Das heißt, ich habe aufgrund der Bauform des Krümmers automatisch mehr Ladung, mehr Füllung vor der Turbine. Der Lader füllt schneller, füllt effektiver. Ich habe mehr Leistung, ich habe weniger Ladedruck, weniger thermische Belastung. Super. Jetzt ist das Thema das, bei so einem Rennwagen kann man sagen, der hat auch immer relativ viel Pflege. Das heißt, wenn man mit dem Auto fährt, und mit dem Auto fährt man ja gar nicht mal so viel, man fährt vielleicht acht Stunden Dauer Vollgas innerhalb von einem Wochenende, das sind dann vier Stunden, da wird das Auto aber ganz sorgsam warm laufen gelassen, dann geht es raus auf die Rennstrecke, macht seine Turns, kommt wieder rein, wird wieder abkalt gefahren, wird dann wieder kalt laufen gelassen und dann kommt es weg. Manchmal kennt ihr das, wenn ihr von der Autobahn runterkommt und macht eure Erzündung aus, dann hört ihr dieses ganze Geknacke. Das, was sich da hört, was knackt, ist Edelstahl und Stahl. Und wenn dieser ganze Städel Edelstahl knackt, dehnt er sich aus. Und das ist genau das Problem bei diesen Turbo-Krümmern, bei diesen Rohrkrümmern, wenn ich die auf einem Alltagsauto fahre. So einen handgeschweißten Rohrkrümmern. Ich will nicht sagen, kann ich die Uhr nachstellen, aber es wird der Tag kommen, dann wird auch so ein Krümmer reißen. Auch von uns mit 3,6 mm dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber irgendwann kommt der Punkt. Weil dieses heftig starke Anwärmen und Abkühlen, das ist halt für so Edelstahl oder für Stahl ein sehr unangenehmer Punkt oder ein sehr unangenehmer Faktor. Und deswegen kommt es da sehr schnell zu den Punkten, dass man sagen kann, das Ding fängt an zu reißen, an zu knacken, etc. pp. Also sehr uncool. Um das ganze Thema ein bisschen zu umgehen, hat man angefangen, auch im Aftermarket-Sektor, wie bei uns, für Kunden, die auf der Straße fahren, einen Gusskrümmer zu machen. Den Gusskrümmer haben wir mit der Firma Kraken gemacht. Der Michael ist ein Freund von mir. Der kam damals mit dem ersten Krümmer, den er gemacht hat, hier bei uns an. Und den ersten Krümmer, den der Michael jemals gemacht hat und der jemals auf einem Auto montiert war, ist von Dominik Sternberg auf dem Timatec-Auto. Und der ist bis heute nicht einmal gerissen. Muss man sagen. Also der hat ein sehr gutes Produkt gebaut. Von Anfang an, das hat sich sehr lange mit dem Casting-Prozess, also mit dem Bus-Prozess auseinandergesetzt, welches Material er dazu gibt und, 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 und. Und hat ein mega Material gemacht. Oder ein mega Bauteil. Wir nutzen das fast bei allen Umbauten für die Straße. Außer der Kunde sagt, hey, ich habe so ein, ich fahre mit dem Auto am Wochenende und ich will so einen mega geilen Motorraum. Dann kommen wieder geschweißte Krümmer zum Einsatz. Und wenn es halt um das Thema geht, ich baue mir meinen Ultra High Performance MX-5 mit richtig viel Bums, dann bist du da genauso dran. So ein Krümmer macht problemlose 350 PS auf dem EFR-Lader, der macht problemlose 350 PS mit dem GT30 und der macht auch 220 PS mit dem GT25 oder 210 PS mit dem T204. Lang, stabil, haltbar und das ist faires Geld. Das kann man auch alles mit einem Rohrkrümmer hinbekommen, aber man muss aber wissen, irgendwann kommt der Tag, dann wird es ein Rohrkrümmer reißen. Und hier bei so einer Auspuffanlage gibt es so eine magische Zahl. Ich sage immer, bei 250 PS kommst du mit der 2,5 Zoll Auspuffanlage problemlos hin, ohne dass der Motor anfängt zu fauchen, ohne dass wir hinzu einen Abgasgegendruck haben. Und das ist genau der Faktor. Ein Turmmotor, da muss man noch mehr darauf achten, dass der Abgasgegendruck frei läuft, weil Turbolader wird sonst beansprucht, Abgastemperatur geht hoch. Das heißt, meine ganze Thermik wird schlechter durch eine schlechte Auspuffanlage. Und das sind so Punkte, deswegen sagen wir, wenn ihr als Kunden gerne möchtet und sagt, ja, ich überlege mir, ich baue gerade meine X5 auf Turbo um, was könnt ihr mir für einen Krümmer empfehlen? Dann kriegt ihr meistens von uns diesen Krümmer empfohlen. Dann sagt ihr, ich hätte ganz gerne so einen Übergangslader, weil ich will es vielleicht nächsten Winter am Motor schmieden. Dann geht ihr bitte hin und empfehlen euch zu einem GT2860 mit dem GT2860. Da hat man zwei Vorteile. Zum einen kann man den auf dem Serienmotor fahren und man kann sagen, wenn du den Motor geschmiedet hast, kannst du mehr Ladebuch fahren. Jetzt kommt noch meistens die nächste Frage. Ja, wenn ich jetzt schon dabei bin, Geld auszugeben, dann hätte ich ganz gerne noch eine komplette 3-Zoll-Auspuffanlage mit dabei. Hier kommt dann genauso ein HGS-Cut zum Einsatz und dann kommen danach zwei Absorberschreidämpfer zum Einsatz. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Du machst auf deinen Serienmotor, der mit einem GT28 nicht mehr wie 0,6 und mit einem GT25 nicht mehr wie 0,7 Bar Ladedruck dauerhaft halten kann, eine 3-Zoll-Auspuffanlage. Und das ist so ein Punkt, da widerspreche ich jetzt ganz kurz dem, was ich vorher gesagt habe. Also hier müssen wir eine Abgasdrossel einbauen, weil die 3-Zoll-Auspuffanlage so gut float, dass wir ab 6500 Umdrehungen eher in Richtung 0,9 Bar wandern, weil wir so eine gute Abgasführung haben mit der Auspuffanlage, dass das normale Westgate gar nicht mehr den Druck so sauber halten kann, sondern durch den Flow und quasi den Abgasfluss und die Abgasgeschwindigkeit mit dem Ladedruck mit nach oben ziehen. Und um genau das Thema ein bisschen zu umgehen, muss halt dann bei einer 3-Zoll-Auspuffanlage auf den Serienmotor eine Drossel rein. Diese Drossel, wir gehen hin und machen eine kurze Verjüngung vor den Cut oder manchmal kommt man sogar damit hin, dass wir sagen, okay, wir machen die Westgate-Dose ganz weich und nehmen ab 5000 Umdrehungen die kompletten Duties aus der Ladedruckregelung raus und kommen damit 0,75 bei 7000 an. Bei den 0,05 Bar Ladedruck mehr, da wird nichts bei kaputt gehen, das sind so Reserven. Aber wenn wir schon sehen, dass wir bei 6500 Umdrehungen 0,75 haben, dann kommt so eine Abgasdrossel zum Einsatz. Jetzt haben wir relativ viel über das Thema Auspuff geredet, relativ viel über das Thema Schalldämpfer, Krümmer und Cuts. Kommen wir noch zu dem letzten Punkt, das ist auch so ein Thema, Auspuffgummis, Aufhängung und Montagethemen. Wir, wenn ihr bei uns eine Auspuffanlage kauft oder wenn wir eine Auspuffanlage bei euch einbauen, werdet ihr mit 99% sehen, dass wir so rote Powersprintgummis nehmen. Mit diesen roten Powersprintgummis hat man zwar etwas mehr Bewegung oder Vibration auf der Karosse und man hat einen entscheidenden Vorteil, das rote Powersprintgummi, das bambelt nicht so und lässt den Auspuff nicht so wackeln, weil bei einer 3-Zoll-Auspuffanlage kommt man sehr, sehr gerne, sonst ging es Differenzial. Eine Empfehlung von mir, macht euch einen anderen Auspuff drauf, nehmt die direkt mit, ein gutes Gummi. Und dann ist der nächste Punkt, alle unsere Downpipes, wie als auch Krümmer, im C- und D-Bereich nicht so wichtig, aber im A- und B-Bereich ganz wichtig, weil der Lader sitzt sehr hoch, sind immer wieder am Getriebe abgefangen, um einfach ein bisschen Entlastung aus dem Krümmer rauszunehmen und so können wir halt sicherstellen, dass der Krümmer nicht reißt oder in sich zusammensackt. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen weiter zum Thema Abgas-Technik habt, schreibt uns, fragt uns, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, sehr, sehr intensives Video, sehr lang, aber ich denke auch für den einen oder anderen ganz interessant. Ciao! Sind wir live? Wir sind live. Wir sind schon live? Ich habe sogar Zuschauer heute. Leider. Keno. Hello, Keno. Don't know what. Obi, wann... ...